so hat sie mir lang gegen die bayern munich schauen wir schon richtigen wandel ja 1 zu 3 konnte sich hat sie mit einem hinspiel gegen die bayern durchsetzen ja bayern ist also gefordert artemina braucht keine druck haben drei tore brauchen sie Stößt, meiner ist ein Ehrenmann, der lasst sich nicht einfach drüber feindern, der geht nicht einfach rein. Kann man jetzt sehen, wenn man will. Alter. Okay. Anderer ist jetzt blöd, dass er es nicht gemacht hat. Oh, schade. Alter. 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 Alter... 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 Wird dir das geben wahrscheinlich. Warum? bei der Barsche. Oh, ja da. Yes. Land of the knee. Mit Anfang Nr.1 in diesem Turnier. Assist Feingamer. Ach, was mache ich? So. So. Yeah. So. 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 Silber! Silber ist eigentlich auch ein sehr weit verbreiteter Name. Stimmt. 2-0. 2-0. 1-0. 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 Und? Es war jetzt auch Ball gespielt? Nein, aber zuerst die Beine. War zuerst Ball. War zuerst die Beine? Da ist er von hinten an den schon auf die Beine erwischt. Das waren Beine. Das muss letzter Mann gewesen sein, Alter. Nein. Was? Weil unten noch einer mitlaufen ist. Alter, scheiße. Aber ich wusste, dass er schneller ist. Oh. Gott sei Dank. Oh. 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 Okay. Das wäre es jetzt gewesen, mal für die Verlängerung. Alter, was nehmen die nicht alle denn in die Hand, Alter, wenn es im Strafraum ist? Das verstehe ich nicht. Boah! Aber warum hast du ihn hoch gemacht, das war der Fehler. Ich würde ihm zu dem drüberen eigentlich. Trotzdem, dann hättest du einen stärkeren Pass machen müssen, aber hoch hat sich der Goli schon einstrengen können, wo er hinkommt. Man war trotzdem eine Mörderparade, aber er hat sich besser darauf einstrengen können, wo der Ball hinkommt. Oh! So, letzter Wechsel, Rebic. Viel gezeigt im Hinspiel. Stritten gewesen, ob er spielberechtigt war. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Es ist kein Best-Light-Turnier von Arzeminern. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Stark! Freude! Oh, da geht nichts hin jetzt, Milner! Ja! Oh, da geht's noch! Oh, da geht's noch! Oh, da geht's noch! Oh, das ist in you! Ich glaube, das war's! Ja! Mit dem 3 zu 1 sind dann mit, mit der Zeit in Veränderung. Oh! 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 Wichtig! Wichtig! Nein, Alter! Schön mitgespielt! Das ist normalerweise glattrot! Ja, stimmt! Ja, stimmt! Ja, stimmt! Ich fände gut auf! Das ist gut! Ja, du doch! Ja, du doch! Nein! Ja, nein! Das ist halt gut! Du doch! Nein! Puh, Gott sei Dank, das ist jetzt ein bisschen sehr wendig. Hoppala. Puh. Na gut. Wir wissen alle, was das heißt. Erste Verlängerung. Also, Golden Goal. So, einen Wechsel habe ich noch offen. Ich glaube zwar nicht, dass ich den brauche, aber ich sage es dazu. Du warst da, du warst da, du warst hier. So, das ist natürlich immer eine sehr spannende Geschichte. Irgendwo jeder Fehler. Denn wir haben schon das Spiel gesehen, die haben sich abgetastet, weil keiner riskieren wollte. Dann haben wir das Spiel gesehen, da sind beide voll aufeinander losgestimmt. Das war schon was für ein Spiel das hier wird. Dieses Spiel wir können sehen. Hier sind die Gäste von AC Neuer. Und da Menschen! Ah! Nein! Puh, das war jetzt eine schnelle Entfernung gewesen. Oh! Oh! Der schießt nichts, der macht nichts. die Tiefere hier, ihr ruft nichts. Also da war schon etwasミögliches pro Jahr. Das homme besorgen uns ist nur als etwa. Der geht da. Der geht durch den in die frischt. Also nochmal schwitzt. Wow. Park hat's am Fuß. Nein, da hat das gar nicht hingezeigt, wo er hinschießen soll. Also die Defensive von Milan Helpe sein. Viel Trug lastet hier Bayern mit einer guten Aktion nach der anderen. Jetzt ist er aber drin. Jetzt ist er verdienter Sieg. Etwas Glück jetzt, aber... Man muss Milan in den Schlussminuten einfach gratulieren, gut dagegen gehalten. Offensiv war leider nichts mehr vorhanden. Aber der Offensiv, glaube ich, hätten Sie nicht mehr rausholen können. Gratulation geht an München, auch verdient. Das muss man auch mal auf der Seite schauen. Danke, danke. Ihr habt abgelehnt.